Und ich sehe mich dastehen und das Bild mit den beiden Strichen anschauen. Einer ist lila, einer braun, sie kreuzen sich in der Mitte, ein längliches Bild. Und ich sehe, dass ich die Striche langsam und mit dicker Ölfarbe gemalt habe und sie hat getropft. Und wo die braune und die lila Linie einander kreuzen, mischt die Farbe sich schön und tropft herab. Und ich denke, das ist kein Bild. Aber zugleich ist das Bild genau, wie es sein soll. Es ist fertig. Es ist nichts mehr daran zu tun, denke ich. Und ich muss es wegschaffen. Ich will es nicht mehr auf der Staffelei stehen haben. Ich will es nicht mehr sehen, denke ich. Und ich denke, heute ist Montag. Und ich denke, ich muss das Bild zu den anderen Gemälden stellen, an denen ich arbeite, mit denen ich noch nicht fertig bin. Sie stehen mit der Rückseite, den Keilrahmen nach vorne an der Wand, da zwischen der Tür zur Kammer und der Tür zum Flur. Unter dem Haken, an dem die braune, lederne Schultertasche hängt. Darin sind Skizzenblock und Bleistift. Und dann schaue ich zu den beiden Stapeln mit fertigen Bildern, die neben der Küchentür an der Wand lehnen. Ich habe schon ein knappes Dutzend größerer Gemälde fertig. Dazu noch vier, fünf kleinere. So in etwa insgesamt sind es 14 Bilder. Und sie stehen auf zwei Stapel verteilt. Nebeneinander dort bei der Küchentür. Und es ist nicht mehr lange hin, bis ich eine Ausstellung habe. Die meisten Bilder sind mehr oder weniger quadratisch, wie Sie es nennen, denke ich. Aber inzwischen male ich auch lange, schmale Bilder. Und das Bild mit den beiden sich kreuzenden Strichen ist rechteckig, wie Sie es nennen. Aber das Bild will ich nicht in meiner nächsten Ausstellung haben. Denn eigentlich mag ich das Bild nicht. Und vielleicht ist es auch gar kein Gemälde, nur zwei Striche. Oder vielleicht will ich es für mich behalten und es nicht verkaufen. Denn es gibt auch Bilder, die ich für mich behalten und nicht verkaufen will. Und dies gehört vielleicht dazu, obwohl ich die Gemälde gar nicht mag. Tja, obwohl man das Bild vielleicht Missglück nennen muss, möchte ich es vielleicht aufbewahren und für mich selber haben. Und ich weiß nicht, warum ich es verhalten will. Zusammen mit den wenigen anderen Bildern, die ich auf dem Dachboden stehen habe, unter der einen Schräge dort, von denen ich mich nicht trennen will. Oder vielleicht, ja vielleicht will Oslek das Bild haben, ja als Weihnachtsgeschenk für seine Schwester. Denn jedes Jahr zur Adventszeit bekommt er ein Gemälde von mir, das er seiner Schwester dann zu Weihnachten schenkt. Und von ihm bekomme ich Fleisch und Fisch und Feuerholz und noch andere Sachen. Tja, und dann dürfen wir nicht vergessen, dass er im Winter auch meine Auffahrt räumt. Wie Oslek immer sagt, ja das auch. Und wenn ich sage, was so ein Gemälde in Bergen kostet, wenn ich sie verkaufe, ja dann sagt Oslek, unbegreiflich, dass die Leute so viel für ein Bild ausgeben wollen. Ja, wer tut das? Der muss es ganz schön dicke haben, sagt er. Und ich sage, ich kann verstehen, dass er das viel Geld findet. Ich finde das auch. Und Oslek sagt, wenn das so ist, dann ist das für ihn eigentlich ein guter Handel. Und dann macht er seiner Schwester jedes Jahr ein zu teures Weihnachtsgeschenk, sagt er. Und ich sage, ja, ja. Und dann ist es still. Und dann sage ich, ich stecke ihm noch ein paar Scheine zu für das Lammfleisch und das Pökelfleisch und den Laugenfisch und das Feuerholz und für das Schneeräumen. Und vielleicht eine Tüte mit bisschen was zu essen, wenn ich in Bergen einkaufen war, sage ich. Und er sagt etwas verlegen, ja, das mache ich ja. Recht, wem Recht gebührt, sagt er. Und ich denke, das hätte ich nicht sagen sollen. Denn Oslek will kein Geld oder etwas anderes annehmen. Aber wenn ich doch meine, dass ich genug habe zum Zurechtkommen, mehr als nur notdürftig und er doch so gut wie pleite ist, ja, dann stecke ich ihm doch rasch und unbemerkt ein paar Scheine zu. Und wir tun so, als würden wir es irgendwie nicht bemerken. Und ebenso, wenn ich in Bergen einkaufen war, dann kaufe ich auch immer etwas für Oslek mit, denke ich. Denn ich mag zwar wenig Geld verdienen, aber verglichen mit dem, was ich verdiene, verdient er so gut wie gar nichts, denke ich. Und ich blicke auf die Stapel mit den fertigen Gemälden, die da stehen, flach an der Wand, die selbstgemachten Keilrahmen nach vorn. Und jedes Bild hat einen Titel und der steht mit dicker, schwarzer Ölfarbe oben auf dem Rahmen. Und das Gemälde ganz am Rand, auf das ich gerade schaue, das heißt, und die Wellen schlagen ihrs. Tja, Titel sind wichtig für mich, sie sind wie ein Teil des Bildes selbst und immer schreibe ich sie mit schwarzer Ölfarbe oben auf den Bildrahmen. Und meine Keilrahmen, die baue ich selbst, das habe ich immer gemacht und werde es machen, solange ich male, denke ich. Und ich denke, eigentlich sind das vielleicht zu viele Bilder für eine Ausstellung, aber ich nehme sie alle mit und gebe sie in der Galerie Bayer ab. Und dann soll lieber Bayer selbst ein paar wegstellen, da im Nebenraum von seiner Galerie, in der Bank, wie er den Raum nennt, wo er Bilder lagert, die gerade nicht ausgestellt werden, denke ich. Und dann gehe ich wieder zu dem Bild mit den beiden Strichen, die einander kreuzen und schaue es an. Beide sind dick gemalt, Pastos, wie sie es nennen. Und die Ölfarbe hat ein wenig getropft und dann ist so ein ganz wunderlicher Farbton entstanden, wo die beiden Striche einander kreuzen. Eine schöne Farbe, ohne Namen, wie es so häufig geht. Denn man kann natürlich keinen Namen für all die zahllosen Farben erfinden, die es gibt, denke ich. Und ich trete ein paar Meter vor dem Bild zurück und ich bleibe stehen. Und ich schaue es an und dann mache ich das Licht aus. Und dann stehe ich da und schaue das Bild im Dunkeln an. Und dann gehe ich da und schaue das Bild im Dunkeln an. Und dann gehe ich da und schaue das Bild im Dunkeln an. Vielen Dank.